Willkommen auf Panto Beranzug. Wir machen hier mal eine kleine Pause. Gleich am Anfang. Da wollen wir mal die Molly begucken. Mal schnell aus dem Auto rausspringen. Dann war's ich. Hier geht's nicht. Hier auch nicht. Was ist das denn? Nein. Hier wollen wir sie doch mal sehen. Mal rechts anhalten. Da hinten. Da kann ich anhalten. Scheiße, jeder aufnäht. Das Blöde hier. Haben sie extra gemacht, damit die Leute nicht anhalten. Molly-Film. Aber ist egal. Wir gucken uns erstmal hier Bad Doberan an. Hier hat sich ein Kirchturm aufgesetzt. Prima. Würde ich am liebsten auch machen, wenn ich mir das gut leisten kann. Ich fahre jetzt ins Zentrum. Bad Doberan. Da ist die Polizei. Die hat vielleicht hier nicht so viel zu tun, denke ich mal. Das ist ein sitzamer Ort. Gehe ich mal von aus. Hier macht keiner Ärger. Da ist ein Yoga-Zentrum. Rana. Hört sich irgendwie auch nicht von hier an. Das ist hier Bad Doberan. Zentrum. Das Museum haben sie hier. Heute ist der 22. Oktober 2012. Mein Montag. Zentrum. Das machen wir gerade aus. Oder hier rum. Rechts rum. Das machen wir hier mal längst. Genau. Jetzt müssen wir einmal so alles im Kreis zu kriegen. Bad Doberan. Nachmittags. Später. Hier ist ein Café-Restaurant. Weißer Pavillon. Vielleicht müssen wir auch nicht alles sehen. Weil reicht uns vielleicht. Hier. Die Heizbahn. Kommt sie hier durch. Oder auch nicht. Ich sag bloß, sie fährt hier glätt durch. Ja, muss sie wollen. Hier fährt die Molli durch. Durch Bad Doberan. Die verpestet dann alles. Ja. Die Molli. Was denn hier noch? Weißer Schwan. Und hier gibt's einen Döner. Ist auch noch vom Kaschle. Oder so. Ja. Dass wir Hunger haben. Dann können wir hierher. Und dann brauchen wir nicht das. Einheimische Essen. Veranspruch. Aber da haben wir auch noch. Deutsch Spezial. Asia Grill. Auch noch. Guck mal. Eine Stadtbecherei. Junge. Wir fahren jetzt mal hier hoch. Einfach mal hier hoch fahren. Bad Doberan. Ja, hier gibt's ja schon viel fremdes Essen. Das ist gut so. Dass wir hier die Vielfältigkeit kulinarisch schon reingetragen haben. Ja, hier. Bis jetzt. Ja. Tattoos. Hallo. Hi. Ja, meine Freunde. Mit dem tätowierten Rücken. Auf die Augen. Mit dem Kühlschrank drauf. Eigentlich wollte ich eine Frau haben. Mal haben sie mit dem Kühlschrank drauf gemacht. Ja, hier das ist Bad Fühlungs... Ne, wie heißt das? Bad Doberan. Und da geht's runter wieder. Einmal einen kleinen Rundgang machen. Voll. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie sie da durchfährt. Die hat das alles verpestet. Normalerweise. Hier ist noch mehr was verpestet ist. Zum Beispiel. Die Straßen voll erlaubt. Ein bisschen aber nur. Guck mal. Die haben gekauft. Eingekauft. Bad Doberan. Voll geschmierte Wände mit Tattoo. Hallo. Wo will ich hier nur längs? Ich fahre mal runter da. Einfach mal so. Spieloase. Für die Freizeit von Hartz IV. Da wird ja nachweislich Hartz IV hingetragen. Das ist wirklich nachweisbar, dass sie allgemein von der Allgemeinschaft erarbeitet denn Gelder. Pass auf. Ich fahre mal rechts rum. Da zu diesen Spielcasinos hingetragen werden. Kühlungsborn war ich schon. War in der Münde noch nicht. Aber ich fahre mal rechts rum jetzt. Wir gucken hier. Alles im Auge behalten. Hier passiert ja nicht viel. Kein Ärger oder Unruhen. Da gehen wir stark von aus. Und mal so einfach sehen, was hier rumläuft. Und nicht so viel. Mach mal eine Pause. Weiter geht's. Jetzt hier längs. Wir haben nur nicht alles gesehen von Bad Doberan. Ich wollte nicht, wie sie da durchfährt. Aber das kann ich ja sonst wohl überall im Internet. Was das machen. Wir schauen uns über sowas an hier. Die Baufälligkeit. Bad Doberan. Die Verelendung. Das ist unsere Spezialität. Aber hier ist nicht viel Elend. Ganz klare Sache. Das ist ja hier noch der Revolution Center. Und man beachte auch die Farben hier. Die schönen Farben. Das ist wirklich klasse. Oberan. Und dieses ist auf jeden Fall besser als Bad Mollesloh. Oder Mölln. Das ist auch eine Kurstadt. Man muss sich das mal vorstellen, dass Mölln eine Kurstadt sein soll. Bei dem Grad der Verkommenheit trotzdem noch dieses Medikat gekriegt. Die Kurstadt. Unglaublich. Haben sie gekauft müssen. Müssen sie extra bezahlen. Aber man kriegt es ja auch nicht gekauft, wenn man es nicht verdient hat. Oder wenn man es nicht gestochen hat. Jedenfalls. Man muss sich da mal in Mölln oder Bad Ollesloh rumgucken. Das ist ja ganz anders als hier. Aber einfach mal in den Montagenklima. Mit Spaß. Bloß hier. Das hat Stiel. Das hat Stiel. Alle Achtung. Und hier ist Hohenfelde. Gleich durchfilmen. Hohenfelde. Gar nicht erst aufhören. Fahrt jetzt auf die A20 zu. Hohenfelde. Kommt nachher da. Stellen gar nicht erst ab. Tischterei. Kilo Härte. Da eben ist Hohenfelde. Und guck mal hier. Da hat so ein Fuchs drauf gepinselt. Hat sie gut gemacht. Fuchsbau. Auf der Stravohäuse hier. Und das ist jetzt hier Hohenfelde. Hier gibt es natürlich noch mehr von Hohenfelde. Das ist hier Rostock. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen höher gelegen. Da gehe ich stark von aus. Sonst hieß es nicht so. HSB-Bau gibt es noch. Toxic-Bikes. Achso, da habe ich schon mal was von gehört. Muss ich sagen. Wir fahren jetzt Reggio rechts rum. Wir fahren erst mal gleich rechts rum. Da hinten. Kaffetschen. Hier. Immer noch Hohenfelde. Bestes. Hier. Mit dem Blau da ist das ja super. Guckt, dass ich euch das nochmal zeige. Wie das aussieht. Wie das alles unten ist. Dann wisst ihr das gar nicht mehr. Wie es mal ausgesehen hat. Landgaststätte. Helgoland. Die kommt dann auf den Namen. Was sind hier noch? Hohenfelde. Am 22. Oktober 2012. Jetzt kommen wir schon langsam raus. Retscho. Retscho. Retscho ist ja dann sicher ein slawisches Dorf. Amt nach schon. Hier wird von Kühn gewarnt. Mal gucken. Das fährt jetzt Hohenfelde. Und Tschüss. Das hier ist auch noch Hohenfelde. Das darf man nicht vergessen. Das kommt noch dazu. Hier ein Gartenzwerg. Die steht mit dem Rücken am Zaun. Wer den Nachbarn nicht sehen. Hier noch eine Schwingelpumpe. Was ist da denn? Hohenfelde hat auch noch See. Da kann man schon See zu sagen. Mal gucken. Hohenfelde. Da ist noch was. Ja, wir kommen so schnell nicht wieder her. Das wäre aber auch Hohenfelde. Und Tschüss. nicht mehr. Du bist da. Jetzt habe ich einen Garten genut. Nein, ich bin einer. Nein, ich bin einer.